ja leute was geht willkommen zu diesem video ja das ist ein unboxing ja es geht heute um die playstation vr ich hab mir die brille geholt muss man gucken, ob ich das so machen kann das sollte ja gehen das muss man ja nicht unbedingt sehen das ist ja ein anbuchster hier vor allem kann man gerne ein abo da lassen und auf die südgepäckchen kann man einfach da lassen so ist er öffnet ah ja ja ok ok ja wie man sieht diese spiel sind noch mit dabei passage 1 skyrim astro bolder resident divisiver und gold vr ja ja zwischen vr und langs und jetzt auf die mix ah ja ne kiste in ne kiste ja ok mehr m als du rechargest ok so im 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 Was ist das? Das? Alles? Alles? Ja. Anleitung für Playstation? VR? Ah, das ist die VR-Kawesala. Bro! Wir haben auch. Was haben wir da? Noch mehr Anleitungen? Wie viel Papier? Nein, komm. Man kann es übertreiben. Ah, das ist schuldig. Ah, okay. Ah, okay, okay. Das sind die Games. Ne? Ja. Es sind wirklich cool. Ich bin der. Ah, okay. Das ist nice. Auf dieser Seite, okay. Was ist das? Das ist... Okay, das ist... So, wo ist das? Einmal das Stromkabel. Das ist sehr nice. In Grunde? Okay, was haben wir da? Einmal das Stromkabel. Einmal das Stromkabel. Ah, das ist hier Playstation Kamera. Ich brauche nicht, dass ich überhaufe. Ich brauche nicht, dass ich überhaufe. Ich brauche nicht, dass ich irgendetwas machen kann. Da ist ein Anschluss. Dann wird es weiter vor. Okay, das ist sicher eine Halb. Ich will die Kamera. Alles. Einmal das Stromkabel. Oh, das ist ein Kabel. Oh, das ist ein Kabel. Das ist wie eine Brille. Die Brille. Okay, das ist... Branche für Stromkabel. Das ist eigentlich klar. Das ist eigentlich klar. Das ist eigentlich klar. Dann HDMI-Kabel. Perfekt. Oh, okay. Was geht jetzt ab? Was ist jetzt das? Okay. Das ist... Das Gerät. Ah, okay. Da machen wir die PS. Und den Fernseinsschlösser. Ah, das Diske, das sie überhaupt verbinden kann. Oh, der Blick ist doch fett. Das ist doch nicht normal, Mann. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Okay, das sind die Koffer für die VR-Brille. Ja, perfekt. Dann hätte mir das schon mal alles. Alles. Das ist hier hin. Und jetzt... Nehm ich das mal weg. Ah, das ist schon die Hähde. Juhu da. Ey, hab ich gesagt, doch nicht mal krass. So. Ja. Kannst du eins machen? Nein, das ist ein bisschen zu rasen. Dann kommen wir da. Dann kommen wir da. Ich muss da schließen, wenn ich es hinkriege mit meiner eigenen Hand. Ja. Ja. Perfekt. Ja. 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 Okay. So. Ja, perfekt. Haha. Wow. Das ist noch ein Kabel. Ja. Leck mich fett, ne? Aha, das Kabel von der Brille. Okay. Haha. Der Moment der Wahrheit, ne? Alter, das sieht die geil aus. Okay, Freunde. Das ist die Brille von Playstation. Das ist Playstation via, Leute. Ist nicht geil, okay. So. Okay, ey, das ist doch krass, Mann. Ah, ein Jockhorn. Okay, das ist nice. Okay, warte mal. Schau mal. Wo kommen die rein? Kann man irgendwie hier dran machen, ne? Kann man irgendwie hier dran machen, ne? Ja, und, tschau. Ah, okay, okay. Das ist... Egal was, wo ist denn? Okay, die kann man hier dran machen, ne? Okay, die kann man hier dran machen, ne? Ah, der kommt. Junge, hier dran. Das ist wirklich drauf an welcher Seite. Eigentlich nicht. Nicht. Ah. Hä? Okay. Moment, Moment, Moment. Jetzt habe ich die nach Kunst. Hä? Hä? Okay. Okay, jetzt ist das. Ich habe hier die nach. Wenn ihr hier drin kommt. Ich habe hier zwei Sachen. Oh, alles ist. Ich habe hier zu. Weil ich jetzt das nicht so gut passa. Ich habe hier. Ich habe hier drin. Da ist es vorher drin. Ja, das ist nicht. Das sieht dann so aus, Freunde, dass die Kabel ist einfach normal, ah, und da ist es speziell, dass man sie verstauen kann, da auf beiden Seiten, dass die Kupfer dann auf der Kabel weg sind. Ja, Freunde, oh, schon mal. Gucken wir mal, ne? Oh, Alter, die. Giga. Das ist zu krank. Hey, Junge, die kann man direkt nicht nach hinten bestellen. Ansonsten komme ich hier nicht rein. Das Zeug begeht es schon. Ah ja, nun so. Und was bist du? Ah! Ah ja. Oh, Digga. Ah, das ist für der Alter, legt mich am Arsch. Ist die bequem? Okay, die ist bequem. Ich könnte die richtig einsteigen werden. Boah. Ja, okay, Freunde, das könnte was werden, Leute. Geile Brille. Ich will sie ihn jetzt schon mit dir selber. Ah, und die hat hier gerade von unten kannst du selber einstellen und lauschen und da ist der Polkopf. Oh, ah, okay. Das ist fresh. Das ist fresh. Ja, Freunde, dann möchte ich sagen, was vom Unboxing zur PlayStation VR, da, Freunde, ja. Seht dann. Wollt ihr, ich bin hier in das Projekt Skyrim oder so sehen. VR. Ich weiß, Skyrim ist ein langes Game, alles sonst. Oder Astrobot oder so. Wenn ja, schreibt mir in die Kommentare. Lasst mir ein Abo da. Und sonst sind wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Ciao.